und damit kommt zu einem weiteren schabblick wieder auf meinem kanal ja es war wieder mal komisch wie eigentlich fast jede begrüßung aber egal ja anfangs wollte ich eigentlich crazy walls aufnehmen aber das kannst du knicken also solo und normal ganze knicken weil da wirklich in jeder aufnahme die ich gemacht habe thieber oder hacker war ich verstehe es nicht ich wird hier schon wieder was heraus reden aus meinem mund was aber nicht so angemessener werde aus diversen gründen die ich jetzt nicht nennen möchte aber ja ich mache mir crazy balls echt spaß aber wenn ich sowas sieht dass es leute einfach das ist einfach leute gibt die zu doof sind da zu kapieren dass es auch ein team variante gibt dann weiß ich es auch nicht als wenn man schon so behindert ist dann ja wir haben eigentlich nur gebannt aber irgendwie habe ich so das gefühl dass er fast keiner auf pixel gebannt wird ich sehe so viele heck ich sehe so viele thema und das quasi die darunter liegt die macht keine was dagegen ist halt schade 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 schokolade so aktuell läuft es gerade relativ gut aber es kann sich immer wieder ändern und ändert sich auch meistens dann ja wie kommt kommt wenig passiert schon ich darf nie darüber reden sonst passiert wirklich ist scheiße so gleich haben wir es geschafft oder nicht doch nicht okay passt auch so aber jetzt oder ja jetzt haben wir es geschafft nach der 5000 luftholen mal so wir sind in der mitte das akzeptiere ich mal und ich bin halt nicht so gut deshalb ja wie gesagt ich akzeptiere ich das wenn ich nicht vorne bin so das modul hat sich genau aus einem sprung und zwar aus diesem ja wegen diesem sprung halt wenn man sich da den kopf stoßen kann und diese sprung ich verstehe oder ja ich bekomme das nicht hin solche sprünge meistens spreche ich dann darüber ja jetzt hat es geklappt ok nice so wo sind hier die kids da habe ich die schon mitgenommen ach hier ist sie oder ja ok steinsperrt wow wir haben einfach mal alles mit und ja das sehe ich eher dann später was ich ja nicht mehr auch so modul 6 6 richtig gehört ist alles nur spaß haben wir auch fast geschafft wo ein eisen wow aber leider nur ein eisen aber wir haben ein stick wir haben ein eisen jetzt brauchen wir nur noch eine workbench und noch ein eisen könnten wir schon bekommen durchs killen aber ich hoffe mal nicht drauf das ist eben ja so eine seltene sache so schon auf die tasse zu hämmern und verzauberungstisch ist nice wäre wäre auch extrem da ist wenn ich level hätte aber finde ich eigentlich relativ geil ja wie ich es gewusst habe der letzte sprung war es so kommt ja kommt ja 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 wir haben es geschafft so jetzt haben wir modul 8 das ist hart ok mal schauen ob wir das schaffen können ich bin halt nicht gut und das ist halt das einzige problem alter was sind das für sprünge also sie sind ja nicht schwer warum prall ich hier ab das ist ja nicht schön schade es geht da oben weiter auch mal mehr wie ein fröhlich ja gar nicht muss ich hier auf diese kack zäune oder was ich muss auf diese zäune ja wie schafft man den nein dann habe ich schon haben war nicht hauses Musik Ich pack mal eine Schilder raus, denn ich tue mir so leichter und vor allem wegen der PvP. Ich hoffe nicht, dass ich böse bin. So, ja, die Runde GD gleich an, also der BVP-Teil, aber gut, ja, wir haben eigentlich wirklich nur scheiße, also komplette Goldrüstung immerhin, sind wir besser equipt als mit dem Lederzeug, aber ist auch nicht geil, aber das Modul ist echt scheiße, vor allem der andere kommt ja auch nicht weiter, aber wie gesagt, mit meinem Pech schätze ich mal, dass der Typ Eisensachen haben wird, ja, so, das sehen wir ja jetzt, ähm, okay, der hatte scheiße Zeug, ja, nee, komm, hä, ja, legt noch mehr, ey, ja, ein Fastball ist das hier, Ja, hat der mir jetzt eiskalt den Kill gesnackt, oder? Oh, hat der aber nichts gebracht, Junge Ja, als ob, als opi opi in deinem Mundi Wie hat der das gemacht? Ohne Witz, nein Oh, ich darf mich hier nicht so einmischen Mann Ja, genau, ähm, wisst ihr eigentlich, warum die ganze Zeit so ein Kack-Spectator über mich herumfliegt, oder beziehungsweise halt über alle? Das würde mich mal interessieren, und zwar, GLP hat halt gesagt, dass das irgendwas gegen Hacker ist, äh, scheint auch zu funktionieren, aber ich wüsste halt nicht, warum Ja, ja, das ist, äh, weiß ich jetzt gerade überhaupt nicht So, einer hat noch drei Lieben, mal schauen, ob das ein Hacker ist Ich hoffe mal nicht So Äh Ja, ich gönne sich erst kalt aus der Küste, ne? Gönn dir Gönn dir richtig, ey, du Sackratte Hast nichts für gemacht, aber gönn dir mal richtig raus, ne? Ja, passt schon, passt schon, passt schon, Junge Staub mich ruhig ab Ja, hat der nichts gebracht Oh Gott, ne, das ist doof, das ist doof Nö, nö, nö Komm, ja, na Ja, was? Ich hab's geschafft, ah, geil Alter, Jumpfels 33 Distanz 65% hab ich geschafft Kills, neun, okay, ist nicht schlecht Aber, hä? Wo war der Typ mit den drei Lieben? Ich glaub, das war ein Camper Ach, egal Ja, wie auch im letzten Video schon erwähnt Der PvP-Teil kann das Ganze doch noch mal retten Wenn man, äh, wie ich im Jump-Teil einfach nur verkackt Obwohl ich nicht mal so scheiße bin Aber dennoch, es sind Module dabei Die sind einfach nur übelst scheiße Copyright Dä chores und Untertitelung? Bis zum nächsten Mal.